Moin moin Lottis und ganz willkommen zu einem neuen Video. Genau, ja, heute gibt es mal wieder einen Art Spoiler und zwar mein Bericht vom Spielblog für März. Bevor das Video richtig losgeht, möchte ich auch gerne jemanden grüßen und zwar Werner Reucher. Vielen Dank für deinen Kommentar und ja, wenn ihr auch gegrüßt werden wollt, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Dann seid ihr in den nächsten Videos mal dabei. Aber jetzt zum Video. Wie ihr wisst, mache ich dazu immer Videos, seit noch gar nicht so lang, zu diesen Blogs, weil ich gemerkt habe, dass ich das eigentlich ganz gut gefällt und mich das auch selber immer sehr interessiert, was hier passiert. Deswegen werde ich das jetzt für euch einmal ein bisschen zusammenfassen. Ich möchte jetzt nicht auf alles eingehen. Ich werde euch den Link in die Infobox packen, wenn ich dran denke. Ansonsten schreibt mir gerne einen Kommentar, wenn ich es vergessen sollte, dann schicke ich euch nochmal den Link. Ihr findet es aber auch immer gut über Twitter zum Beispiel, findet ihr Star Stable sowas immer an oder auch über, wenn ihr einfach Star Stable Entertainment im Internet eingebt. Und ja, kommen wir jetzt erstmal zum Spielblog. Heute geht es wieder mal als erstes um den Spielercharakter. Und diesmal darum, was euch, auch in den Kommentaren habe ich das gemerkt, schon die größte Sorge bereitet am Spieler-Update oder Charakter-Update, wie man es auch immer nennen möchte. Und zwar sind das die alten Kleidungsstücke. Ich kann euch vorstellen, es ist für SSO eben äußerst schwierig, das alles einfach anzupassen, weil es einfach so enormst viel ist. Ich meine, wir haben so viele Kleidungsstücke in SSO, wenn ich an diese uralten Sachen denke, die ehrlich gesagt haben, jetzt auch schon echt hässlich sind. Hier sehen wir einmal das in der alten Version. Sie schreiben nämlich, dass die alten Sachen aus deutlich weniger wie heißt es nochmal? Polygonen bestehen, auch Mesh genannt. Also deutlich weniger kleine so Gitter, sondern eher so grob das Ganze. Und dadurch ist es eben nicht so fein. Und hier sehen wir eben, wie so ein Beispiel habe, dass das Kleidungsstück vorher aussah. Auch nochmal mit diesem Mesh. Und hier sehen wir das Ganze einmal mit einer neuen Figur. Ich finde, das haben die eigentlich echt gut angepasst gekriegt. Der Kragen, der sieht hier zum Beispiel jetzt ein bisschen anders aus. Das wäre jetzt ein Unterschied. Ich finde, der sieht aber besser aus, irgendwie so. Das ist so ein bisschen schlichter dadurch. Aber mir gefällt das eigentlich sehr gut, so wie die das gemacht haben. Ein bisschen weniger Falten, ein bisschen glatter, aber trotzdem. Ich finde, das Kleidungsstück ist auf jeden Fall wieder zu erkennen. Und das ist, finde ich, eigentlich das Wichtigste. Es sieht noch, wenn man es nicht genau betrachtet, echt genau so aus. Das ist eben die neue Darstellung. Und um diese Art der Texturen geht es auch im nächsten Artikel. Das war zum Thema Reizubehör. Ich denke mal, wir kennen das alle, dass es häufig irgendwie so aussieht, als wenn die Schabracken halt auch so auf dem Pferd so angeklebt. Gerade bei alten Modellen fällt mir das auf, dass das teilweise echt wirklich so angeklebt aussieht. Das sehen wir auch hier wieder. Das ist so eckig und so. Und wirkt so ein bisschen verzogen und so. Das kommt eben davon, dass es wieder mal so grobe Pixel nur sind. Und ich meine, die Pferde entwickeln sich ja auch immer weiter. Genauso wie der Spielercharakter jetzt weiterentwickelt wird. Und so kann das Ganze dann aussehen mit diesem, dieser guten Polycount, Polygonen-Zeug. Ja, das ist nicht so mein zielstechnisches Zeug. Aber ja, wir sehen es hier. Das sieht krass gut aus, finde ich. Das sieht so realistisch aus. Also ich finde, man hat so das Gefühl, wenn ich jetzt auf diese Schabracke so draufdrücke, dann gibt die so nach wie so eine normale Schabracke halt. Schön aufgepuffert. Das sehen wir auch hier den Unterschied nochmal, wie krass das ist. Einfach wegen diesen feineren Gittern sozusagen. Da schreiben sie jetzt hier in diesem Teil etwas echt Cooles. Sie wollen nämlich eigentlich viele Dinge umsetzen, die wir uns auch alle eigentlich schon super lange wünschen. Federschmuck haben wir eigentlich schon, aber Hilfszügel fänden wir, glaube ich, alle cool. Decken. Decken, 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 Decken. Ich glaube, darauf warten wir schon echt ewig. Und so weiter. Schreibt sie hier. Das würden sie alles super gerne hinzufügen. Und es ist aber eben einfach sehr schwierig, das zu machen. Aber ich denke, so wie ich das hier rauslese, kann man sagen, irgendwann wird das kommen. Leute, irgendwann wird das Warten ein Ende haben und wir werden endlich sowas wie Decken in SSO kriegen. Endlich. Leute, darauf warten wir doch alle schon so lange. Und ich denke mal, es ist jetzt einfach mal schön zu wissen, dass die das halt auch so auf dem Schirm haben. Hilfszügel auch. Natürlich cool wäre, wenn sich dann auch noch so verändert, wie das Fett gestellt ist oder so. Durch die Hilfszügel. Das wäre natürlich aber nochmal so ein anderes Level. Aber allein schon Decken, ich finde das so, 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 so cool. Wirklich so mega, fände ich das. Und dann haben sie noch das sogenannte Retrofitting, zu dem sie hier schreiben. Und zwar, dass sie das halt auf alte Modelle anpassen. Und wir wissen ja alle, das erzeugt haufenweise Bugs. Wir sehen hier mal ein paar Beispiele. Boah, das ist mir auch schon aufgefallen. Dieses verpuxelte Lusitano-Pferdchen. Das habe ich hier echt noch gar nicht gesehen. Es sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Und da probieren sie es jetzt Stück für Stück zu erneuern. Und eben auch diese Bugs zu verbessern. Und demnächst werden die Lusitanos, die englischen Vollblüter und die Araber in diesem Bereich neu aufbereitet. Also, dass das eben passt. Auch in Quests und so muss das natürlich alles angepasst werden. Bei den NPCs, die sind halt sonst so verbuggt. Und dann kommen wir noch zu einem auch sehr, sehr interessanten Thema. Und zwar zu Pferdekäufen. Also, es geht da insgesamt vor allem um die Bindung zu den Pferden. Und sie wollen eben als langfristiges Ziel, dass wir eben eine höhere Bindung zu unserem Pferd in SSO kriegen. Was ich eigentlich auch schön finde, weil es würde für mich jetzt das Spiellebnis immer schöner machen, wenn das noch ein bisschen mehr eine Bindung zu mir hat. Das Pferd, ich bin ja auch jemand, ich liebe Rollplay echt. Ich bin so ein Rollplay-Liebhaber. Und dahin wird sich das jetzt auch noch ein bisschen mehr besser entwickeln. Ja, und da hat sich erst so eigentlich einiges Cooles überlegt. Und zwar, da wollen sie unter anderem was machen am Level. Weil wir können ja bis jetzt nur bis Level 15 leveln. Und da wollen sie eben gucken, wie man da noch mehr machen kann. Aber genauer führen sie das nicht aus. Also, ob es ist, dass wir mehr Level kriegen oder eine andere Möglichkeit. Das Pferd eben quasi weiter auszubilden. Ähm, und dann sehen wir hier ein Bild. Ich gucke mal, ob ich das... Ich glaube, ja, wir können es öffnen. Ähm, dann gucken wir uns das jetzt einmal einen Namen an, wenn das funktioniert hat. Ja, man sieht es jetzt ein bisschen besser, glaube ich. Ja, ein bisschen besser. Und zwar sehen wir hier, wie wir demnächst Pferde kaufen können. Ähm, SSO hatte jetzt auch das Problem langsam, dass eben der Platz für Pferde nicht mehr da ist. So richtig. Weil, ihr wisst ja, es stehen echt an vielen Orten Pferde. Und dann immer gleich 6, 7 von einer Rasse, wegen den verschiedenen Farben. Und ja, das soll sich jetzt ändern. Denn es soll da immer nur noch ein Pferd stehen, in einer Farbe. Und dann kannst du da draufklicken und eben weiterklicken bei den Farben. Und du kannst dir, das finde ich so, 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 so mega, die Animationen angucken. Weil mir ist es so wichtig, dass man sich endlich die Animationen angucken kann. Weil, ich fand halt immer irgendwie so, man hat so ein Pferd so blind gekauft, teilweise. Natürlich, es gibt immer diese Pferdekauf-Videos, die du dir immer anschauen kannst. Natürlich. Aber es ist immer ein Aufwand, wenn du dir einfach, weil du nur chillig ein Pferd kaufen willst, jedes Mal so ein Video reinziehen musst und dann immer vorspulen, wenn du nur den Walk sehen willst, zum Beispiel. Die Gangarten. Und das finde ich einfach nervig. Und, ähm, ja, das soll sich ändern. Und zwar in dem Sinne, dass man sich das eben dort angucken kann. Und es wird sich noch mehr ändern. Ähm, es hat sich ja schon geändert, dass wir Alter bestimmen können und Geschlecht. Und wir werden, ähm, uns hier auch schon die Mähnen angucken können. Und das finde ich echt super. Wir werden uns anschauen können, wie viele Pferde, zum Beispiel von der Rasse, in welcher Farbe wir schon haben. Weil es gibt oft Leute, die eben zum Beispiel 100 Pferde haben. Da ist es natürlich schwierig, Überblick zu bewahren, habe ich das Pferd schon. Und das wird dann eben so verhindert. Das finde ich super. Und ich gucke gerade mal, was sehen wir denn da im Hintergrund? Ähm, das sieht nach Morland, finde ich, aus. Da steht ja auch Morland hier. Ähm, ich meine aber, die Lusitano stehen aktuell nicht in Morland. Also, mal sehen, was da noch kommt. Das sind sogar auch, meine ich, sind das nicht diese von dem Event, die beiden Pferde? Ich glaube, das sind die beiden Pferde von dem Reitsportfestival. Vielleicht kommen die ja bald nach Morland. Könnte sein. Ähm, wir gehen jetzt einmal wieder zum Blog zurück. Ähm, und zwar sollen wir dann, wenn wir eben auf diesen Kaufen-Button klicken, kommt eben nicht mehr dieses Fenster mit dem Transporterbild, sondern das Pferd wird so auf uns zukommen. Und das ist so ein bisschen realistischer dann halt. Einmal schauen, was da noch so kommen wird, dass ich nichts vergesse. Ach, genau, das ist wichtig. Und zwar werden wir dieses Pferdekaufsystem schon testen können. Und zwar bei dem Reitsportfestival, das demnächst kommen wird. Ähm, allerdings nicht alle Spieler, sondern nur die Hälfte. Wie sie diese auswählen, ich vermute mal, per Zufall haben sie jetzt nicht geschrieben. Aber ich denke mal, sie werden zufällig die Hälfte auswählen. Und dann sehen wir mal, vielleicht habe ich Glück und bin dabei. Dann können wir uns das einmal anschauen. Ich hoffe, ich habe dann genügend Star-Konseln und kann mir ein Pferd holen beim Event. Aber hatte ich eigentlich schon vor. Haben wirklich noch, ähm, viele Ideen, schreiben sie hier. Und Pferdepersönlichkeiten, da wollen sie eben auch noch mehr zu machen. Ähm, da sind wir jetzt einfach mal gespannt, was da noch so kommen wird. Das war immer wieder ein cooler Vorgeschmack, was noch so ist. Und ja, und dann wären wir am Ende des Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne einen Like unter diesem Video da. Ähm, schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr das so findet. Und welche Änderungen, Updates und so weiter, euch am meisten gefallen. Und welche Ausrüstungsgegenstände wünscht ihr euch eigentlich? Das könnt ihr auch super gerne mal reinschreiben. Und ja, dann vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Dann die Glocke zu aktivieren. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ciao, ciao! Ciao! Ciao!